Hey, da sind wir wieder bei Hitman Absolution und ihr wisst natürlich, neue Männer, kleine Mädchen, wir sind in Hope angekommen und hatten gleich eine kleine Schlägerei in der Bar, ungewollt, aber ich bin irgendwie durchgekommen zum Barmann und der eine Typ hat uns wieder angerufen, der hat ein Geschenk für uns dagelassen und dann schauen wir uns mal dieses Geschenk doch gleich mal an. Oder noch nicht. Sir, das wird Sie interessieren. Sogar sehr interessieren. Was? Ein Geschenk von einem alten Kontakt. Er war einige Jahre unsichtbar. Codename Birdie. Haha, wenn ich den Codenamen Birdie hätte, würde ich auch an Zwitschern. 47. Oh, verdammt. Geben Sie diesem Birdie, was er will. Finden Sie 47, egal wie. Part 2. Birdies Gift. Oh, ein schöner Waffenladen. Mit viel Spielzeug. Oh ja, meine Silver Baller. Die sind unvergreiflich. Das sind meine. Nur, wenn Sie die Quittung haben. Ich könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dief. Was sagt der? Die Liebstahl wäre es nicht. Ich sage Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie, wenn Sie kriegen das Leben? Das kommt ganz auf das Mädchen. Ich muss Ihnen zeigen, was ich kann. Alles gleich hin. Oh, es gibt hier so spieleschöne Waffen. Schaut mal. Oh, wie cool. Und Sniper Rifles und Schlotflinten und alles. Okay. Was ist jetzt hier? Oh. Wer ich? Ne, war ich nicht. Aber ich habe alle flachgelegt, die es gab. Ah, was muss ich denn nehmen? Diese Überballer oder was? Hey Mann, ich brauche hier mal Hilfe. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Vater? Also, ich ähm... Haben Sie auch Schrotpatronen? So, Metallrohr. Oh, da ballen aber einige Leute hier. Oh, hey Sie Cowboy. Dann wollen Sie gegen mich antreten? Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Oh. Ja, bei dir würde ich mich austoben. Okay, welche Waffe wollen wir denn wählen? Welche Waffe wollen wir denn wählen? Ich kann mir jetzt irgendeine einfach aussuchen, die ich möchte. Hm, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Eine Schotflinte. Okay. Ich möchte irgendwas Besonderes. Ich möchte irgendwas Cooles. Gibt es hier ein Scharfschützengewehr? Oh. Das will ich haben. Das will ich haben. Das ist schön. Was haben wir hier noch? Ne, ne, ne. Ich bleibe dieser. Die ist cool. Oh yeah. Schaut mal. Haha. Hallo Bällchen. So, ich habe eine Waffe. Dann wird sogar teilnehmen. Machen wir mal. Geht schon los? Ja. Ich kann aus der ditten Perspektive leider nicht so gut schießen. Aber ich versuch's. Nachladen, Mann. Ich bin der Beste, Leute. Also machen wir ein bisschen Ziefeuern hier. Und los. Schön. Ich glaube, ich bin ohnehin gut, oder? Nee, ich bin nicht gut. Die hat 471. Holy shit. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, Leute. Baue ich nämlich nur Kacke. Mann, die hat ja viel mehr Punkte, als ich. Bin ich gut. Oh yeah. Na, liegt sicherlich gar nichts. Also, wir sind nur ein Punkt. Oh Mann, Leute. Ich hab' doch getroffen. Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Na, mach ich auch. Diese Waffe ist scheiße. Ich bin ein Scharfschützengewehr. Ich bin ein Scharfschützengewehr. Wo ist ein Scharfschützengewehr? Gibt's hier eins? Ja, aber die kann ich nicht benutzen. Wieso kann ich dieses Scharfschützengewehr nicht nehmen? Was soll denn das? Was ist denn los hier? Oh, hallo, Mädchen. Schön. Ähm. Ne, UMP will ich nicht. Ne, eine Pistole. Ne, eine Pistole wäre langweilig. Eine Sabotage. Ne, ich mach keine Sabotage. Ich will das hier haben, Mann. Dann hole ich mal eine Schofflinte. Wo waren die nochmal? Wo waren nochmal die Schofflinte eigentlich? Hier, glaube ich, oder? Ne. Wo waren die? Ah, die war da drüben. Ähm, da. Ne, weiß ich gar nicht. Gut, dann hole ich mir halt eine Pistole. Mir auch egal. Ah, mit der Pistole werde ich schon hinhauen, denke ich mal. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Diesmal in Ruhe. Also erwartet keinen Kommentar. Nur eins. Man leckt mich doch im Arsch. Ich treff doch. Ja, ich darf halt kein einziges Mal vorbeischießen. Das ist ja der Scheiß. Ja, mir wäre aber unsere Rote lieber. Oh, ja. Jetzt habe ich einiges an Punkte gemacht. So, schnell nachladen, nachladen, nachladen. Und... Jawohl. Aber die größeren entfernten Ziele mache ich lieber einen auf sicher, bevor ich hier gar keine Punkte mache. So, schnell tiefer ein. Jawohl. Äh, müssen die weg hier. Let's schaffe ich es ja diesmal. Wer weiß. Ah, Mann, ich baue hier nur Kacke. So. Jawohl. Ich weiß, ich weiß. Aber ab und zu war es doch nicht so ganz. Ah, Mann, wieder. Ah, wieder gescheitert. Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Puh. Ich will eine Scharflützegewehr, aber er gibt mir ja keins. Er gibt mir keins. Ein Stuhlfenster gibt er mir auch nicht. Ich versuche mal jetzt diese Waffe hier so. Mal schauen, wie es mit der hier funktioniert. Wir haben diesen Part wird halt nur ein bisschen wettgeschossen. Oh, die ist eigentlich bisher... Ja, fuck, voll vorbei. Ich versuche mal, wie es mit der Scharflüge ist. Hallo? Fuck, nur einmal. Ja, das ist das erste Ziel hinten irgendwie. Okay, ich muss das nächste Mal hier warten, bis diese ganzen Dinge da hochkommen und dann das Zielfeuern einsetzen. Was man sich davor gemacht hat, war nämlich ein totaler Blödsinn. Ah, Mann! Ne, diese Waffe ist die beste bisher. Ja. Oddwines. Was ist das? Ich kann es wieder vergessen. Ich kann es wieder vergessen. Ich bin überhaupt nicht gut, Mann. Ich baue mir nur Scheiße. So, jetzt aber. Nicht mal... Nicht mal... Nicht mal alle erwischt. Scheiße. Ich will eine andere Waffe, aber ihr habt ja nicht so viel zu auswahl, die Idioten. Ich will eine Schrotflinte. Gibt es ja nicht. Was ist denn das für ein Freak, Mann? Dann versuche ich die jetzt nochmal. So, jetzt versuche ich es mal mit 2. Ah, Duck Shooters. Schön. Scheiße. Es war so schön ruhig hier, ohne den Schwachkopf. Ja. Aber was will man machen? Geben eine Schrotflinte in den Arsch decken und dann müssen wir schlagen. Und dann wird der Tierhorn in seinen Kleinen. Entenjagd. So, noch mehr Entenjagd. Wo sind sie? Wenn ich mal einen Platz, wo man frei rumballern darf. Yay, Entenjagd. Geschafft. Zeige ich euch mal, wie das geht hier. Die Nübs. Geh weg, du Mann. Na ja. Na ja. Gut, Leute. Einen letzten Versuch mache ich noch. Dann mache ich es offscreen. Und werde euch nicht hier weiter langweilen mit dem Ballern hier. So. Ich muss schnell noch meine DPI verlingern. So, jetzt vielleicht. Jetzt kann ich ein bisschen genauer zielen hier. Na, nur 10. Oh, Mann. So. Na, nur 10. Scheiße. Okay, gar nicht treffen. Geht also auf. Ich muss viel schneller zielen. Ich bin ja so scheiße. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass es hier wirklich nicht so gut zum Zählen ist bei Hitman. Die Steuerung ist nicht wirklich so toll hier. Das ist auch nicht normal. Und da gibt es nur so wenig Punkte. Na. Na. Na, ich nicht. Schnell, 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 schnell. Und jetzt tiefer ein. So, bitte. Alle 20. Na, fast. Yes. Yes. Ah, das war wieder ein Millimeter vorbei, ey. Ah, nein. Ein letzter Versuch noch, Leute. Ein allerletzter Versuch noch. Und jetzt. Das war einen. Die. 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 Das war's. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt bloß nicht labern und scheiße bauen. So, schnelle Ziehfeuer. Oh, Mann, der eine war schlecht. Oh, doppelt schlecht. Fuck, versaut. Schaffe ich nicht mehr. Oh, nur eins. Noch sechs Stück, noch sechs Stück. Oh, ne, pack's nicht mehr. 430, Mann, so knapp. Gut, Leute, ich mach das jetzt offscreen und dann, wenn ich's geschafft habe, sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Abonnieren, kommentieren, liken. Los, hol dich der Teufel. Hahaha. Hahaha. ARD Text im Auftrag von Funk